hallo und gar nicht so herzlich willkommen heißt uns der selago aus jetzt 5 mal und zwar genau genommen alle zuschauer meines attackes dungeon displays da ist mir leider ein riesiger poppa passiert diese woche über den ich in einem gesunden video mal eben kurz sprechen muss und zwar habe ich mein aufnahmeprogramm einmal wieder falsch eingestellt wodurch der games auch nicht aufgenommen worden ist das werden die zuschauer des heutigen videos vermutlich bereits bemerkt haben das kleine problem in der sache ist dass ich meine komplette staffel aufgenommen habe heute an einem tage und entsprechend sieben tage keinen games von liefern das ist ein bisschen bisschen ärgerlich für mich aber leider ist das kind ein bisschen in den brunnen gefallen jetzt auch weil ich was soll ich machen wenn ich die wenn ich meine stimme nicht drauf kann ich nachvertonen das macht auch nicht so viel spaß und das kann man zumindest tun wenn der games man nicht drauf ist denken wo soll ich ihn her nehmen ich kann leider euch da nichts anbieten überlegt vielleicht klassische musik drunter schneiden oder so aber realistisch gesehen ist er halt weg ist auch ein mensch wie ich kann es leider auch die neue spielen auf einer aus dem safe game oder sowas geht halt leider nicht von daher müsste jetzt mal eine woche ohne den games auskommen ich habe für jeden verständnis der die woche es gibt aber ich verspreche ab der kommenden woche gibt es wieder games und für euch und das war es auch was ich ankündigen wollte tut mir leid hat nicht sollen sein aber ja shit happens professionalität können das haben dann wünsche ich euch noch einen schönen dach und bis dahin